Helge, wie sieht die Situation aus bei dir? Situation? Sind die jetzt außen? Sind welche drin? Okay. Und das hier? Lage? Wo? Gleich die erste Tür saß da. Hinterste. Hier eine Seite abdecken. Kann ich nicht einsehen, sehe ich nicht. Hier vor zum Treppenhaus. Bleibt da im Dunkeln. Ich sehe ja nichts. Da geht die Tür auf. Links ist er. Blau. 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 Schöne alle Seiten abdecken. Blau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ena ist raus Vorderseite vom Tierboy ist safe Vorderseite vom Tierboy ist safe Okay, wir sind vorne, wir sind vorne, ganz vorne, Helge und Ecke Stinknatter und Hütte, wir sind vorne, an der Baseline Okay, wir sind vorne, wir sind vorne, an der Baseline Kontakt, Kontakt, links, rechts, rechts vom Gebäude. Gut, er ist raus. Er hat sich gerade entblößt. Aufpassen, rechts von uns ein bisschen. Er hat sich gerade entblößt. Er hat sich gerade entblößt, er hat sich gerade entblößt. Er hat sich gerade entblößt. Vielen Dank.